Salve amici, justus loquor! Hallo, ich bin der Justin vom Komodo Dikitur Podcast. Unsere nächste Folge weicht ein bisschen von unseren bisherigen Gesprächen ab. Es wird nämlich ein römischer Text behandelt, aber vielleicht auf anderer Weise als im gewöhnlichen Lateinunterricht. Erstens besprechen wir den Text natürlich auf Latein. Es handelt sich übrigens um den sechsten Brief des jüngeren Plinius. Es wird aber auch nicht jedes Wort übersetzt, jede Endung analysiert oder jeder Satzteil philologisch betrachtet. Wir reagieren einfach eher allgemein auf den Inhalt des Briefs. Falls ihr mitlesen wollt oder sogar im Voraus den Brief lesen, findet ihr den kompletten Text bei quomododikitur.com. Der Jason wird auch während des Podcasts den ganzen Brief auf Latein vorlesen. Wir wollen euch herzlich einladen, nicht nur den Brief und unser Gespräch zu genießen, sondern auch im Internet, also bei quomodikitur.com, bei Twitter, bei Facebook am Gespräch teilzunehmen. Das könnt ihr auf Latein, aber auch auf Deutsch, auf Spanisch, auf Französisch, auf Englisch, wie ihr wollt. Wir freuen uns schon auf eure Beiträge. Schönes Wochenende noch. Die nächste Folge erscheint am Montag, dem 5.9. bei quomododikitur.com, bei iTunes und bei Google Play. Bis dann! Bis dann! Komplett! Vielen Dank.